hallo und herzlich willkommen zurück zur christmas carol wir müssen hiermit irgendetwas anstellen und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau was denn irgendwie oder hier ok ja darauf bin ich nicht gekommen ich habe es mal bei dem anderen versucht ok sehr schön das hätten wir also auch was wir hier noch ich hatte jetzt eine aufnahme pause gehen wir erst mal hier raus du bist ja ein witzbold ich habe geschichten von kriegerkatzen gehört um was und diese sieht genauso aus wie ach so sieht genauso aus wie eine verlinie oh mein gott aber warum stopfe ich die füllung nicht hinein und erwerke sie wieder zum leben tja ich habe was denn für eine füllung möchtest du eine feder eine feder habe ich für dich nein ok ich habe noch keine füllung was ist das mündenkurgel ach so das ist bestimmt für die hallo oh du bist so süß wenn ich mich recht erinnere mögen reelsalz aha na dann das können wir momentan aber nicht ändern dann gehen wir erstmal zurück ach wisst du was machen wir so ok da möchtest du salz dankeschön das ist viel niedlich so was wollte ich jetzt genau hallo ach du schande die rote kann ich nicht auswählen ich habe jetzt gedacht ich müsste hier nachgehen wie wie soll denn das gehen ding 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 doch eine ölkanne eine ölkanne ähm das war hier ein schlossteil schlossteil für was aha ja das ist ja schön dass das passend ist für die jahreszeit aber ich habe leider keine äh stechpalme die da rein passt sie kommt hier voll auf die ideen ey was soll ich denn jetzt mit heu anfangen soll ich denn jetzt mit heu anfangen war irgendwo etwas ach so ich muss da wieder zurück ach dann wahrscheinlich hierfür ne das bringt mir jetzt auch so viel ich schätze ich schätze ich muss etwas schnee schaufeln so wir haben keine schaufel und zum füllen haben wir auch noch nichts immer noch nicht was soll ich mit dem heu machen was ist denn noch offen hier haben wir noch ganz viel was wir noch nicht gemacht haben aber das hier war doch eigentlich schon ach nee hier da kannst du wegwischen nein ah irgendwie ironisch der schuhputzjunge hat selbst keinen vernünftigen paar schuhe ja irgendwo schon warum kann ich hier noch interagieren mit zum bonbon nein heu nein hier waren wir ja fertig oder oder na ich will eigentlich keinen tipp benutzen nein dann schick mich hier hin aber warum ach oder das heu hierfür ja ich hatte ich hatte anders gedacht ok ok miau gut ist gut du bist ein wahrer freund wie süß tja was fange ich damit jetzt an hier möchtest du ein teddy nein das haben wir noch offen ja aber da passt ja der hier nicht rein das ist erstmal quatsch ich glaube nicht dass eine gestopfte katze ihr jetzt hilft was denn sonst ich habe sonst ich habe sonst oder ach der sitzt da ja noch ok ok alles klar dann gehen wir in die schule ich vermute mal silberner schlüssel und ein schlossteil schlüssel das können wir immer noch nicht machen das können wir immer noch nicht machen ach ach herrje ok äh schlüssel ne schlüssel für wir hatten so viele glaube ach hier oder ne hier hatten wir gar nicht so viele ach vergisst es ach wir dürfen suchen wie schön puppe schneeflocke fingerhut schuh oder schuhe füllfederhalter äh was spring spring was springer springer äh bolzen münze schraubenschlüssel zitronenscheibe ok kriegen wir hin ich merke gerade es ist mitten in der nacht und ich konnte irgendwie nicht pennen was ist das geht es mit ausmachen nö ähm und hatte mich dann doch noch ein schlossen aufzunehmen aber ich bin mir grad nicht so sicher ob das nur die idee war also weil ich halt merke dass ich doch irgendwo müde bin irgendwie irgendwie so ja und was ist hier ja ja puppe aber hier dich können wir schon mal eins sagen ähm zitronscheibe hier haben wir ne münze hier haben wir ne münze hier haben wir ne münze da haben wir ne münze das ist dieser fingerhut ne was ist denn ach da den hab ich gleich gesehen das ist der der springer ha ha ach das war die zitronenscheibe ok na dann na dann hm das ist gar kein fingerhut das ist gar kein fingerhut tja bolzen ne bürste hier oben nö da ist ne bürste hatte ich nicht schon München eingesammelt oder fehlt mir noch einer ach ach ich hab den fingerhut gefunden sehr schön wollte mich mal eben anders hinsetzen so ach schraubenschlüssel ach tja wo haben wir ihn denn das ist keiner das ist keiner aha na dann die münzen hätten wir die hab ich zwar nicht als solches erkannt aber auch in ordnung völlig ok z ach tja 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 hier Handschuhe ist das wort mit drin ah das ist ein HERR, den brauchen wir aber nicht Das ist ein Zintenfass, oder was ist das? Ein Ei. Tja. Ich schaue gerade, nur falls ich zu ruhig bin. Aber ich kann sie irgendwie nicht entdecken. Sag doch mal, du, wo sind die Schuhe? Schuhe können ja nicht so klein sein, oder? Aber gut, wer weiß, um was für Schuhe es sich hier handelt. Und dem einen hatte ich ja auch den einen Schuh nicht gesehen, weil ich nicht mit so einem Schuh gerechnet habe. Fühlfederhalter. Ach Mensch, komm. Ach du Heilige. Ja, die kann ich ja auch nicht finden. Okay. So. Fühlfederhalter. Hm. Das ist eine Mausefalle. Sonnenbrille. Ein bisschen Teddy. Das ist... Nö, ich weiß nicht. Ein Rieben einfach, ne? Eine Uhr. Was? Warum dieser Sound? Möchte man mir etwas sagen? Das ist, glaube ich, bei Wimmelbildspielen so, ne? Wenn du zu oft klickst, bekommst du Strafe. Das ist schön, wenn man so ein Grusel-Wimmelbild spielt. Also, zumindest beim ersten Mal, weil man weiß ja nicht, was für ein Soundeffekt da kommt. Ach man, ich finde ihn einfach nicht. Aber wahrscheinlich war das eben der Tipp, ne? Der Sound. Ich finde ihn wirklich nicht. Eigentlich wollte ich ja auch gar keinen Tipp benutzen. Wobei, bei den Schuhen war das vielleicht gar nicht schlecht. Ob ich die gefunden hätte. Ach komm. Gönn's mir! Da oben? Wo denn? Ach... Ich hab Schuhe! Was mache ich jetzt, der Mensch? Ach, der Junge. Oder? Und das ist vermutlich für die Tafel? Wichtig. Ah okay. Auch wenn das nur ein paar Zahlen sind. Besser ist es. Weil ich kenn mich schussel, ja? So, jetzt können wir aber das hier auch machen. Das sind die drei. Äh. Danke. Okay. War da eben noch etwas. Ah, gut. Um Himmels Willen. Äh, was soll ich denn machen? Versuche die blauen Kacheln oben mit den roten unten. Vertausche. Oh mein Gott. Was ist das für eine Folge, ey? Verschiebe die Kacheln entweder in eine leere Stelle neben ihnen oder überspringe Kacheln. Oh. Boah. Wie überspringe ich die denn? Nö. Lass mich hier erstmal versuchen. Oh. Aber wie kriege ich die denn? Weil so runter geht. Nö. Wie mache ich das? Ich verspringe Kacheln zu meiner freien Stelle. So geht das. Das ist ganz hübsch. Dreh ich mich da nicht eher im Kreis? Was? Wie mache ich denn das? Weil so tauschen kann ich nicht. Hm. Ah. Warte mal, die roten müssen nach oben, ne? Oh, ich wollte eigentlich erst die Ecken ausfüllen. Oh, das kann eine Weile dauern. Oh. Kriegen wir alles hin? Oder auch nicht? Nee, du sollst ja nicht wieder dahin. Ach, Mann. Ja, Mann. Hm. So, die Ecken hätten sie damit schonmal. Verdammt. Ja. 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 Nein. Was machst du denn? So, und die hätten wir auch schonmal... Das ist doch schonmal was. Ja. 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 Na ja. 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 Aha, ich muss dich da irgendwie rauskriegen. Okay, sehr gut. Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch was, na gut, nee, dann beende ich hier jetzt erstmal in dem Part. Sorry, falls das ein bisschen chaotisch wirkt, oder wirkte, ähm, ja, ist halt mitten in der Nacht. Also ich hatte da jetzt Lust zu und muss auch mal sein, ne, solche Folgen. Und bei mir kommt die öfter vor, ich danke fürs Zusehen, wenn ich möglichst zunächst mal tschüss. Wie? Ja. Wie? Vielen Dank.